so leute heute ist freitag und herzlich willkommen bei wieder train spotten der talent wird gleich kommen hier bin ich wieder train spotten in rosenbach mal schauen was heute kommt leute also der stefan kommt auch nur leute also bis später wenn der talent kommt bis gleich so leute talent kommt jetzt stefan ist es auch da da kommt da talent hast du eine jacke ich habe ich habe gar keine vielleicht ist das wieder der lokführer wie letztes mal nicht noch nicht ich will schon mal vordern echt echt stefans der bruder ist gerade hier wollen wir zu ihnen gehen dann später jetzt kommt er jetzt kein zug ja die wissen dass wir weiß dass das ist was wir zügig schauen oder nicht okay wenn er das weiß dann ist es ja nicht schlimm ja wir hatten bisher uns unterhalten wir haben uns dann gerade bisher unterhalten so vielleicht erzähle ich das meinem video mal schauen also bis später so leute schnellzug ja wann es rote lock leider nur keine werfe lock er hat letztes er hat letztes mal die allen nutler lockt gesehen ich krass geht mir transport müssen aber wir hatten wir hatten ja schule leider heute auch deswegen ist es ist 16 uhr leute ich dachte mir ich hätte nicht 14 uhr ich wollte eigentlich früher gehen aber ja deswegen ich dachte so ja dann gehe ich einfach jetzt erst weil ich war noch bei einem kumpel also bis später so leute schnellzug ich glaube die scotch kommt oder ich habe gerade was grünes gesehen ja die scotch der fährt der fährt jetzt aber durch mit 60 glaube ich ich habe das eine von meiner klasse gerade hier gegangen auf einmal den gleis der nehmann zieht dich ähnlich ich so weit weg schön die scotch heute leider kein foto hat gemacht ich hatte noch für gewunken leider nicht makro ja ich hätte früher winken müssen das muss dann immer früher machen weil sonst sieht sieht er das glaube ich nicht warte mal ich muss so leute also so also bis gleich so leute talent kommt so 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 er hat schon gebremst leute also bis gleich so leute so leute zukommt von stefan akku ist gleich leer ist eine normale nichts besonderes der talent steht da noch immer ja 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. der speicher ist gleich voll jetzt ein akku ist gleich leer ja tut mir leid ich habe jetzt erst so spät gesagt als leute bis gleich der fährt schon ab ich habe mir als lokführerin ist eine frau diesmal habe ich halt gesehen ja ist aber nicht schlimm also da renn ich was was bild alter kann ich jetzt auch nichts dafür dass die qualität ist nicht so gut aber es geht besser als beim alten handy ja die qualität geht auch jetzt wird unscharf einfach nicht bewegen sonst ja warte warte bis später so leute also ich würde sagen das war es für heute ja heute kam jetzt nicht so viel ein güterzug nur etwas ja blöd leider wie viel züge habe ich gefilmt ein schnellzug ein talent ist ja um grüne ein schnellzug ein talent mit zwei schnellzüge zwei talents und ein güterzug oder ja also leider nicht so viel leute also ich würde sagen das war es wir sehen uns dann morgen wieder und tschüss